Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within, nochmal an derselben Stelle. Ja, das wird super hier. Der bemerkt mich jetzt hier gleich, wenn ich mich aufpasse. Kannst du mal im geschlichenen Modus bleiben. Ich weiß auch gar nicht... Ich glaube, es ist besser, wir nehmen die Flasche eigentlich sogar mit. Jetzt lenken wir ihn ja voll von uns ab und das ist ja gar nicht so gut. Dreht er sich jetzt gleich wieder um? Oh, schaffe ich das? Ich glaube, das war nicht so schlau. Ich versuche es mal. Ich glaube, der ist eine Weile abgelenkt. So. Hier ist gar nicht schlecht. Hier bleiben wir mal. Jetzt kommt der andere nämlich wieder. Wo ist er hier? Er ist wahrscheinlich direkt so quasi neben uns. Okay. Können wir die mal werfen? So. Habt ihr das gehört? Boah, krass. Oder voll das Geräusch. Hey. So, da ist der andere. Die bemerken mich jetzt nicht. Ich laufe nämlich weg. La la la. Haben die gar nicht bemerkt. So, ich nehme das mal. Alles in die Hände, was ich hier habe. Äh, finde meine ich. Brauchen wir uns ja eigentlich gerade nicht verstecken. Oder? Müssen wir uns verstecken? Kommt hier einer? Nö, oder? Wenn ja, dann wiederholen wir das Spielchen eben. Ich gehe mal hier rum. Ist hier einer? Nee. Oh. Das habe ich das letzte Mal gar nicht gemacht. Ich habe hier irgendwas gemacht. Wo ist der jetzt? Da. Okay. Ich gehe mal lieber zurück. Weiß gerade nicht, wo hier einer ist. Ist da einer? Nee, hier ging es doch irgendwie nicht weiter, ne? Oder wie war das? Ich glaube, das letzte Mal kamen wir hier nicht weiter. Ah. Hier, das habe ich noch nicht eingesammelt. Ich wusste doch, da war noch was. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas verpasst, vergessen? Oh, hier ist auch noch was. Den zünden wir mal an hier. Besser ist. Ich weiß nicht, ob die durch das Flammen... Geflammengedöns da abgelenkt werden. Aber wenn die das noch nicht bemerkt haben, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Ich muss da vorne rechts um die Ecke und den anderen eigentlich ausschalten. Aber ich traue mich eigentlich nicht. Einfach. Einfach, weil ich immer denke, das wird nichts. Okay. Da ist der eine. Ich glaube, der andere ist hier voll hinter der Mauer. Aber wie komme ich denn an die ran? Hm. Den einen auszuschalten das letzte Mal war ja gar nicht schlecht. Am besten ja eigentlich, wenn er es gerade nicht natürlich bemerkt. Ist klar. Aber so... Dass wenn der eine hier kommt... Der kam doch von da hinten immer, oder? Ja, da kommt er nämlich auch wieder. Aber der geht nicht bis zum Ende hin. Der dreht sich doch wieder um, oder? Wie war das? Hallo? Oh, okay. Er kommt doch. Dann gehe ich mal hier in die Ecke. Geht er wieder? Wäre ja gar nicht schlecht eigentlich, wenn wir die hierher locken. Dann für... Ist er da? Hallo? Okay, das wäre eine gute Gelegenheit. So, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Ja, wunderbar. Jetzt ist der nämlich weg. Den zünden wir an. So. Und da hinten kam ich aber nicht raus, ne? Jetzt schleicht doch eigentlich nur noch einer hier rum, oder? Lauf mal. Wo ist der andere? Der kommt hier. Ja. Der guckt jetzt noch ein bisschen, und dann dreht er sich wieder um. Und dann versuchen wir, den auch mal irgendwie hinzubekommen. Joah. Dreh dich am besten nicht so weit. Und dann haben wir ihn. Jawoll. Beide hinüber. Freie Bahn. Das finde ich prima. Jetzt kommen wir nämlich auch in Ruhe weiter. Aber... Ich muss zugeben, es dauert echt eine Weile, ähm... Es hinzukriegen. Aber man muss ja doch genau wissen, wann sie wo lang gehen. Hier ist irgendein Steg. Sieht ziemlich cool aus. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Okay. Dann sollten wir da hin? Oder sollen wir jetzt hier runterspringen? Oder... Ich weiß nicht. Erstmal gucke ich mich hier noch weiter um. Jetzt mache ich ein bisschen Sprinten. Jetzt habe ich wieder die Lampe angemacht. Aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt ist ja gerade keiner da. Vielleicht entdecken wir mit unserer Laterne sogar ein bisschen was. Was wir vorher nicht entdeckt haben. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Vielleicht einmal drumrum. Ich habe aber trotzdem Angst, diese Lampe zu benutzen. Bin ich ehrlich. Also... Weil man ja immer nie weiß, ob hier irgendwelche Zombies sind. Oh, oh. Wer ist denn da jetzt wieder? Oh, oh. Da sind ganz viele. Shit. Hier müssen wir wieder aufpassen. Das ist ein neues Gebiet. Ich hoffe eigentlich, ich finde noch ein bisschen was. Okay, da ist der eine. Ich schleiche mal hier so rum. Der hat mich, glaube ich, noch nicht entdeckt. Was ist mit dem da hinten? Was machen wir da? Das ist nicht so einfach. Hm. Vor allem will ich wenigstens so ein paar Belohnungen zwischendurch finden. Auf der anderen Seite, wenn ich sterbe, muss ich sie alle nochmal einsammeln. Ist auch nicht so doll. Okay. Der Moment ist hier sicher, wo ich bin. Das finde ich gut. Hat man wenigstens so einen großen Radius, wo man herumschleichen kann. Hier habe ich jetzt wieder so ein bisschen Schiss. Da drin ist einer. Den sehe ich. Ich schleiche mal hier rum. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. So gar nicht. Kann man hier irgendwas einsammeln oder so? Ich bin nur am Schleichen. Können wir da rein? Oh, da schleicht auch einer rum. Aber den könnten wir hinkriegen. Ich habe Angst, dass der sich umdreht. Und zwar genau jetzt, wo ich... Hm. Okay, da ist er. Kommt der hier durch? Okay, dann mache ich ihn so fertig. Jawohl. Der hat noch was für uns. Oh, wir haben Munition. Aber die will ich eigentlich nicht verschwenden. Und im Moment bin ich hier ganz gut dabei. Ach, so könnten wir weitermachen. Wenn die jetzt alle so kämen, dann kämen wir auch gut voran. Das ist Arbeit hier gerade. Echt zu überlegen, wo man lang geht. Ohne sich zu verraten. Muss vor allem immer wissen, wo hier einer ist. Die Flasche kannst du doch sicherlich nehmen. Oh, oh. Der hat uns gehört. Jetzt kommt er da lang. Ich gehe mal hier lang. Ja, ja. Geh da mal rein. Geh da hoch. Oh Gott. Der hat mich angeschossen. Verdammt. Was war das? Was war das? Wer hat uns... Was? Uuh. Was? Was sind Fallen irgendwie? Das sind voll die fiesen... Scheiß Fallen. Oh. Komm, mach ihn fertig. Okay. Der ist tot. Noch leben wir. Boah, hier sind richtig... Richtig viele Fallen auf dem... Fiese Fallen vor allem auf dem Boden. Ich nehme die Fackel in die Hand. Ich weiß nicht, was uns das nützt, aber... Mein lieber Schwan. Verrät mich die Fackel nicht? Boah. Wo ist denn jetzt der Nächste? Aber wir haben hier wieder so ein... Oh, ich fasse es nicht, ey. Boah. Hier sieht man nichts von diesen komischen Fallen. Das ist richtig schwer. Und ich war sehr gut dabei, finde ich. Also ich bin gut vorangekommen. Wenn diese Fallen jetzt nicht gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es hinbekommen. Ja, steht doch noch mehr im Weg. Das ist eine prima Idee. Ich mache das jetzt aber genauso wie vorher auch. Ich habe nur Angst, dass ich wieder irgendwo reinlatsche. Wenn wir die von hinten jetzt irgendwie schon kriegen würden, dann... Achso, ich kann das auch anzünden hier, das ganze Ding. Lenkt das nicht voll ab? Wo kommt er lang? Ah, prima. Okay. Die Muni nehmen wir noch mit. So kann man es natürlich auch machen. Boah, ich habe echt Schiss, was hier alles auf dem Boden ist. Das geht gar nicht. Aber von dem Feuer hat er sich jetzt auch nicht ablenken lassen. Das war halt die Flasche. Eigentlich war es die Flasche. Aber gut. Lauf ich diesmal eben anders. Solange wir welche hören, sind wir hier nicht sicher. Wo ist hier einer? Da. Kommt der lang? Geh mal ins Haus. Geh mal ins Haus. Der dreht sich doch immer um, oder? Ja. Da habe ich auch ein bisschen Schiss. Wieso haben die eigentlich noch Fackeln in den Händen? Soll es wären die noch irgendwie gar nicht so richtig Zombie-mäßig. Jetzt wären das so Menschen, die, ja, aus der Irrenanstalt mit Stacheldraht versehen, noch Fackeln in der Hand. Ich glaube, den müssen wir irgendwie anders ablenken. Das kriegen wir so nicht hin. Das ist doch prima. Und wieso hat er uns jetzt entdeckt? Scheiße. Oh Gott, der ist reingekommen. Geh mal wieder raus, du Vieh. Du ekelhaftes Dingsbums. Ja, ja, reg dich auf, aber geh wieder. Unangenehm. Bleibt der jetzt da? Kann auch gar nichts sehen, ne? Der könnte hier voll rechts um die Ecke sein, aber vielleicht ist er auch wieder rausgegangen. Was hat er denn? Weiß ich nicht. Achso, ist voll. Bist du hier? Bist du rechts? Bist du links? Oh. Ist der da? Da draußen ist er. Okay, das ist gut. Jetzt wissen wir wenigstens, wo der eine ist. Wie kann denn sowas gehen, ey? Wie schwierig. Munition, Heilmittel, grünes Gel, bekommen wir. Och Mann, ey. Schöne Scheiße. Zünde ich das hier jetzt an? Ja, ne? Jetzt müsste der eine Zombie doch voll bemerkt haben, dass es jetzt hier lichterloh brennt, aber der läuft da genauso lang wie der andere auch. Und das anzuzünden ist eigentlich auch voll blöd, weil es nimmt einem ja so die Sicht, ähm, den Sichtschutz vor allem weg. Wo ist jetzt diese Flasche? War hier nicht die Flasche? Damit wir den einen hier erstmal hinkriegen. Was sind die doofe Flasche? Die war hinten, hinter, ne? Hinter dem ganzen Gedöns. Hä? Wie lag die denn? Keine Ahnung. Aber gut, soll der eine da stehen bleiben? Mir auch egal. So, hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Schön hintenrum wieder gelaufen. So war unsere erste Session. Da steht nämlich der eine. Wieso bemerkt der einen denn jetzt? Wieso ist der so wild? Wir sind gar nicht da. Wir sind gar nicht da. So, der kommt da rein. Und dann dreht er nämlich wieder um, ne? Kannst du mal aufhören, so nah ran zu kommen? Okay. Geh mal wieder weg. Geh weg, geh weg, geh weg. So, jetzt geht er weg. Und wenn der... Warte mal. Steuerung, Information, Bärenfallen entschärfen. Schleichen und dann sollen wir die entschärfen. Okay, aber ich sehe ja gar nichts. Da ist eine. Okay. Jetzt bitte unten bleiben. Okay, jetzt habe ich eine entschärft. Das ist gut. Oh, 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 oh. Hallo. Magst du vielleicht nicht dein, äh, Licht gerade anmachen? Ist vielleicht nicht so, äh, geschickt? Oh, vielleicht sollte ich auch auf die Bärenfallen achten. Oh, ich hatte jetzt echt Schiss, dass der mich kriegt. Jetzt habe ich darauf wieder nicht geachtet. Das wird lustig hier. Das ist genau das Richtige hier. Scheiße. Eigentlich gab es zwei, zwei gute, zwei gute Läufe bis jetzt im Sinne von beide umbringen. Aber beides zusammen habe ich bisher noch nicht hingekriegt, komischerweise. Ich finde vor allem diese Flasche nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich die gefunden hatte. Keine Ahnung, wo die Flasche ist. Da ist der eine. Zombie. Ähm, ich laufe wieder hinten rum. Okay, ich soll wieder welche entschärfen. Wo ist denn hier eine? Ich sehe aber gar keine Bärenfalle. War hier irgendwo nicht eine. Tja. Die Frage ist auch, geht es eigentlich ums Töten? Oder? So, halte das mal. Hallo. Das ist schön, dass du das geschafft hast, aber ins Haus reinkommen wäre auch schön. Was ist da denn gerade? Komisches Rotes vorbeigeblubbert. Okay, da ist der andere. Kommt der jetzt? Sieht der mich? Gleich sieht er mich. Wenn ich ihn nicht kriege, dann... So, jetzt habe ich dich. Das ist schön, dass ich dich habe. Dann kann ich ja das andere Ding entschärfen. Ne, das hier, also dieses Seil hier... Oh, ich fasse es nicht, ey. Ich sage noch gerade entschärfen. Ich sehe die Dinge auf dem Boden einfach nicht. Das ist... Irgendwie muss ich die nochmal so draußen... Auf diesem Gras, da habe ich diese Bärenfalle entdeckt. Aber das ist ja auch eher eine Sprengfalle hier, oder was? Das ist ja keine normale. Ich versuche das im nächsten Part nochmal. Bei The Evil Within, Leute. Wünscht mir Glück. Bis dann.